Es gibt Orte, die man in Erinnerung behält. Orte, die so außergewöhnlich waren, dass sie sich einem eingeprägt haben. Ildiko und ich haben auf unseren Reisen viele solche Orte kennengelernt. Einige davon möchte ich euch in einigen Videos vorstellen. Anfangen will ich mit dem Ort Orgo Solo auf Sardinien, den wir auf unserer letztjährigen Tour besucht haben. Orgo Solo liegt im Zentrum des zerklüfteten Supramonte-Gebirges, im Herzen der Barbagia und war einst berüchtigt als Banditennest. Grund dafür waren blutige Familienfäden, die die Bewohner in verfeindete Hälften teilten. Der Blutrache fielen zahlreiche Menschen zum Opfer und als die festländischen Karabinieri mit willkürlichen Verhaftungen reagierten, versteckten sich Männer in den Bergen und wurden Banditen. Heute ist Orgo Solo vor allem bekannt für seine vielen Morales und diese Wandgemälde waren auch der Grund für unseren Ausflug. Das erste dieser Morales wurde 1968 von der anarchistischen Gruppe Dioniso in Orgo Solo gezeichnet. 1975 begann der Zeichenlehrer Francesco del Casino aus Jena in Orgo Solo mit Schülern Bilder an die Wände der Häuser zu malen. Die Wandmalereien waren von Anfang an politisch motiviert. Es ging um den 30. Jahrestag des Partisanenkampfes gegen den Faschismus, den Protest gegen einen NATO-Truppenübungsplatz oder gegen Mailänder korrupte Konzernchefs. Die neueren Bilder kommentieren die Weltpolitik, stellen das einfache Hirten- und Dorfleben dar oder setzen sich für die Erhaltung der sardischen Sprache ein. Viele der über 100 Morales ähneln der kubistischen Malerei in der Art von Picassos Guernica, andere sind aber auch ganz und gar realistisch. Bei unserem Bummel durch den Ort waren wir fasziniert von der Themenvielfalt, der Anzahl und auch der künstlerischen Gestaltung der Morales. Selbstbrüchige und teilweise verfallene Mauern des ansonsten eher unansehnlichen Ortes bekamen durch sie noch einen ganz besonderen Charme. Musik 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 Musik